Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Habt ihr Bedarf an Schlafsäcken oder anderen Sachen? Dann sagt es mir jetzt. Schlafsäcke, Tee, Zahnbürsten, ne? Ich kann euch ganz viel Sand bringen zum Zähneputzen. Offizielles Hallo und Danke an die Leute vom Camp. Es gab diese Demo und die ging zu Ende wo? Am Alex. Danach haben wir uns getroffen in der Dorotheenstraße. Das ist ein anderes Gebäude. Von der HU haben da ewig diskutiert. Wir sind dann nochmal weitergezogen, haben den Raum gewechselt, waren dann in der Grimm-Bibliothek, dort ein anderes Plenum gemacht, dann in Arbeitsgruppen weitergesprochen, als plötzlich ein Anruf kam. Es gibt diesen Hörsaal hier, der Hörsaal ist auf, aber er wird bald nicht mehr auf sein und dann sind wir ein bisschen Hals über Kopf aufgebrochen, haben auch einen Teil verloren leider und sind hierher gekommen. Ich kam aus Amerika, habe bei einer amerikanischen Archipal-Bewegung mitgemacht und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass das Archipal-Ding. Ich glaube, wir sollten auch wirklich irgendwas drinnen besetzen. Das denken die Leute jetzt zum Beispiel in Amiland auch, dass es draußen einfach zu kalt ist und man kann da einfach nichts machen. Wenn jetzt der Platz halbwegs legitimiert ist, dann würden da Hütten entstehen. Genau, das wäre halt besser als irgendwelche Zelte. Wie kriegen wir heute noch mehr Leute hierher? Wir haben draußen die PIN-Wände aufgestellt und wir hatten jetzt überlegt, vielleicht vier Blätter mit Buchstaben zu beschreiben, um dann halt quasi ein Slogan draußen anzupinden. Nachdem wir. Ich habe noch keinen Slogan. Aber einen Wind fahren haben wir. Als erstes Thema möchte ich gern darüber sprechen, was zur Hölle wir hier tun. Ich bin zum Beispiel hier, weil ich heute nicht auf die Demo gehen konnte. Und ich durchaus Grund habe, für mehr finanzielle Unterstützung im Bildungssystem zu plädieren. Ich bin hier, auch weil ich mich konkret dafür einsetzen möchte, dass Freiräume an der Uni entstehen, in denen man reflektieren kann über unsere Gesellschaft, über unser Bildungssystem. Und diese Freiräume gibt es halt immer weniger, vor allem an den Unis. Ich habe schon gerade studiert, deswegen trifft mich das nicht mehr so. Ich möchte mich aber gerne mit jedem solidarisieren, der irgendwo ein Problem hat. Weil ich finde, das ist ein Problem von 3000, die ich aufzählen könnte. Wo ich finde, wo in diesem System und auf der Welt was schief läuft, unbedingt jetzt dringend was gemacht werden muss. Wir haben alle die gleichen Probleme in ganz Europa, thanks to Bologna. Und ja, ich dachte auch, wir sind jetzt in einer Maschine. Unser Ausbildungssystem und unser ganzes System ist eine Maschine. Du musst das Gymnasium machen, nach Abitur, nach Studium und dann bist du normal und kriegst eine normale Arbeit und machst du alles, was sie sagen. Und es gibt keinen Platz für Leute, die wollen anders lernen und die Sachen an anderen Wegen zu machen. Und ich bin sehr froh, dass es hier auch Bewegungen wie in Spanien gibt. Education of this system is ignorant. Ich sage euch außerdem, als drittes und letztes, das, was euch dieses System beibringt, ist Ignoranz. So let's get together and let's learn something. Also lasst uns zusammenkommen und etwas lernen. Erstens ist, glaube ich, ganz wichtig, was irgendwie das Selbstverständnis ist und was morgen passiert, wenn der Typ nochmal reinkommt und sagt, bleibt ihr hier, geht ihr woanders hin, wenn hier Lehrveranstaltungen sind. Was ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen habt, war, dass der Hausmeister, ich glaube, so eine quasi Hausmeister hier war. Und der hat uns was genau erklärt. Wir sind geduldet bis morgen früh. Danach sind wir nicht mehr geduldet. Oder er wird mal gucken, wie genau die Lage ist wegen Lehrveranstaltungen. Ansonsten hat er so ein paar Regeln genannt von seiner Seite hier für den Raum. Kein offenes Feuer, keine illegalen Drogen. Nein, kein Drogen, das ich brauche. Ja. Und du bist jetzt aus der FU auch? Oder aus der HU? Ich bin einer von wenigen hier. Von der HU. Ach so, nein. Die haben es irgendwie nicht geschafft. Ich würde sagen, ihr habt dann die anderen die Exil aufgenommen. Aber hoffentlich können wir sie so damit, wir können sie jetzt hoffentlich damit mal antreiben, hier mitzumachen. Einer muss immer anfangen und dann werden es halt immer mehr. Wir sind alles Menschen, wir sind hier, um zusammen was zu verändern und endlich mal die Welt zu verbessern, was das scheiße ist. Er geht dann mit mir raus, wo die Gräber stehen im Regen und sagt, hier werden sie mal begraben, gleich neben mir ein Kollege. Oh nein, es ist junger Mann, es ist sieben, ja wohl klar, zum Winkeln und zum Sterben ist die Frühstückspause da. Hier sind die Handschellen und die goldenen Armbandur, das guter Kuh vom Psychiater und hier rennt den Bild dazu. Und von der Karriere, lieber junge Frau, dann hier mal unterschreiben und wir machen sie zur Sau.